Eine Arbeit von Inga Mommsen, die es mir sehr antut. Und zwar ist es eine Installation mit dem Titel Nummer 26, Small Shrimp. Und besagt auch schon, um was es geht. Vom Weitem habe ich gedacht, es sei erst Kunststoff. Wenn man nahe rangehen, bin ich ganz begeistert, weil es wunderbar artificiell und auch wunderbar doch filigran ist. Das ist eine kleine Krabbe, ein Shrimps, aus Bastmaterial geflochten, in Orange und in Naturfarben. Und im unteren Bereich, wo diese Krabbe eigentlich als Endteil ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Das war's. Das war's.